Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr da auf meinem Kanal gefunden habt. Ich habe heute für euch wieder ein neues Video und im heutigen Video geht es um den traurigen Fall von Brianna Denison. Brianna Sonino Denison wurde am 29. März 1988 als Tochter von Bridget und Jeff Denison geboren. Sie wuchs zusammen mit ihrem kleinen Bruder Brighton auf, der zu seiner großen Schwester wohl immer aufsah. Natürlich hatten sie hier und da die normalen Auseinandersetzungen zwischen Geschwistern, aber Brighton sollte sagen, dass auch später, als Brianna dann älter war und auszog, die beiden einen sehr guten Kontakt zueinander hatten und immer, wenn er Streit mit seinen Eltern hatte oder irgendwas angestellt hatte, konnte er sich bei seiner großen Schwester melden und sich über seine Eltern auskotzen. Brianna hatte in ihrer Familie den Spitznamen Breezy. Ihre Mutter sagt, es kam daher, dass sie allen vorkam wie ein frischer Wind. Sie war einfach sehr lebhaft, sehr fröhlich, sie hatte ein wunderschönes Lächeln, sehr leuchtende blaue Augen und war jemand, der einfach auch gut mit Menschen konnte, immer offen auf andere Menschen zugegangen ist. Sie war recht extrovertiert und hat immer versucht, alle quasi so mit einzubinden. Brianna wuchs hauptsächlich in Reno auf, sie hat jedoch auch einige Reisen gemacht. Mitunter war sie mit ihrer Familie ein Jahr lang in Italien bei anderen Familienangehörigen und ist hier dann auch zur Schule gegangen. Andere Reiseziele, die sie in jungen Jahren schon abgearbeitet hatte, waren Hawaii, New York, Mexiko, Jamaika, Japan, Italien, Ägypten, Ungarn, Österreich und Frankreich. Sie ist also wirklich super viel unterwegs gewesen. Sie liebte Reisen und wollte auch später in ihrem Leben viel von der Welt sehen und viele neue Eindrücke sammeln, viele neue Menschen und Kulturen kennenlernen. Brianna hat auch einen Hund mit dem Namen Ozzy, den sie sehr liebte und um den sie sich gut kümmerte und sie konnte gut mit Kindern, was auch daran lag, dass es in ihrer Familie einige Kinder gab, mit denen sie so Kontakt hatte und wo sie quasi so ein bisschen lernen konnte, mit ihnen umzugehen. Aber sie wollte auf jeden Fall auch später eigene Kinder haben und es war in ihrer Familie wohl auch so, dass ja Kinder sehr geschätzt wurden und quasi so als größtes Geschenk im Leben angesehen wurden und Brianna hat das dann auch so von ihrer Familie übernommen. Sie war als Schwester, Tochter, Enkelin und Freundin jemand, der allen immer ein Lachen ins Gesicht zaubern konnte, die einen unglaublichen Humor hatte und wie gesagt immer sehr liebevoll auf andere Menschen einging. Sie liebte den Strand, das war ihr absoluter Lieblingsort. Sie hat ihn so sehr geliebt, dass sie ihr eigenes Zimmer quasi in einen kleinen Strand verwandeln wollte. Also überall hingen Plakate und Bilder, kleine Palmen und so, damit sie so ein bisschen dieses Strandgefühl in ihrem Zimmer auch haben konnte. Und die andere Sache, die in ihrem Zimmer sehr präsent war, war die Farbe Blau, denn das war ihre Lieblingsfarbe. Brianna ging zunächst auf die Reno High School in Nevada und hat sich dann am Santa Barbara City College eingeschrieben, um hier dann Psychologie zu studieren. Im Januar 2008 war Brianna 19 Jahre alt. Sie war schon einige Zeit am City College und ist dann über die Weihnachtsferien quasi, über die Semesterferien, zurück nach Hause gekommen, um hier ein bisschen Zeit mit ihrer Familie und mit ihren Freunden zu verbringen. Zu diesem Zeitpunkt hatte sie außerdem auch eine Beziehung mit einem jungen Mann mit dem Namen Cameron Wilson Dunn. Am 19. Januar 2008 hat Brianna sich dann mit zwei Freundinnen getroffen, mit Katie Hunter und mit deren Mitbewohnerin Jessica Deal. Dort in ihrer Nachbarschaft sind sie dann zuerst in Sands Regency Casino Hotel gegangen, haben hier so ein bisschen angefangen mit dem Abend, sind dann später noch auf ein Konzert gegangen und waren danach dann noch ein paar Milchshakes trinken. Also sie hatten wohl wirklich eine sehr, sehr gute Zeit zusammen. Jessica war schon etwas früher müde als die anderen beiden und ist dann deswegen per Anhalter schon zurück in die Wohnung gefahren. Die anderen beiden Mädels waren dann noch ein bisschen unterwegs, haben wie gesagt Milchshakes getrunken, ein bisschen was gegessen und sind dann auch irgendwann zurück in die Wohnung von Katie und Jessica gefahren. Und hier hat Brianna dann auf der Couch geschlafen. Sie hat alles Nötige dafür bekommen, eine Decke, ein Kissen und die beiden haben sich gute Nacht gesagt. Brianna hat nochmal ihr Handy rausgeholt und hat ihrem Freund Cameron geschrieben, mit dem sie an diesem Abend wohl auch gestritten hatte. Hat ihm dann noch irgendwie auf eine Nachricht geantwortet und ist dann eingeschlafen. Im Nebenzimmer lag Katie mit ihrem Hund und Jessica lag wie gesagt in einem anderen Zimmer. Alle drei Frauen waren wirklich in unmittelbarer Nähe voneinander, nicht im gleichen Raum, aber so, dass sie sich eigentlich hätten hören müssen, wenn irgendwas geschehen wäre. Die anderen beiden jungen Frauen wurden gegen neun Uhr morgens wach und sind dann ins Wohnzimmer gekommen, um Brianna zu wecken. Doch sie war weg. Die Couch war leer, all ihre Sachen waren aber noch da und auch auf Rufen reagierte sie zunächst nicht. Also der erste Eindruck wäre vielleicht gewesen, dass sie einfach im Badezimmer war und sich fertig machte. Dem war allerdings nicht so. Sie war nirgendwo in der Wohnung zu sehen. Ihre Schuhe, all ihre Klamotten waren noch da. Sie war in der Nacht in einer Pyjama-Hose und in einem Tanktop schlafen gegangen. Es war Januar, also war sie sicherlich nicht einfach so ohne Schuhe oder so etwas nach draußen gelaufen. Und als Katie sich dann das Kissen genauer ansah, auf dem Brianna geschlafen hatte, erkannte sie da einen kleinen Fleck, der für sie aussah wie Blut. Die beiden kontaktierten sofort Briannas Mutter Bridget und die war sich direkt klar, dass irgendetwas nicht in Ordnung war. Und sie hat die beiden dann sofort angehalten, die Polizei zu kontaktieren, was sie dann auch taten. Die Beamten waren wenig später vor Ort und auch sie waren der Meinung, dass Brianna sicherlich nicht freiwillig gegangen war. Die Wohnung, in der sie geschlafen hatte, war on McKay Court in Reno. Sie war im Erdgeschoss. Die Tür zur Wohnung war über Nacht nicht abgeschlossen gewesen. Und die Couch, auf der Brianna geschlafen hatte, auf die konnte man direkt sehen von außen. Also vorne war eine große Fensterfront und von diesem Fenster aus hätte man direkt auf Brianna blicken können. Die Beamten waren sich relativ schnell sicher, dass jemand von außen, die dort auf der Couch gesehen hatte, sich durch die offene Tür Zutritt zum Haus verschafft hatte. Und ihr dann relativ direkt, bevor sie überhaupt richtig zu sich gekommen war, ein Kissen auf den Kopf gedrückt hatte, bis sie bewusstlos war, sodass sie keine Chance hatte, laut zu schreien und die anderen beiden Frauen zu alarmieren oder sogar den Hund zu alarmieren, der ja anscheinend auch nichts davon mitbekommen hat, dass jemand Fremdes in der Wohnung war. Das Kissen, auf dem sie geschlafen hatte, wurde dann auch getestet und es konnte festgestellt werden, dass es sich bei dem Blut an dem Kissen um Briannas Blut handelte. Und man konnte außerdem eine Bissspur am Kissen erkennen, was diese Theorie untermauerte, dass man ihr das Kissen ins Gesicht gedrückt hatte. Das letzte Mal wurde Brianna gegen 4 Uhr morgens lebend gesehen in dieser Wohnung und ihr Freund soll ihr noch um 4 Uhr 23 morgens geschrieben haben. Ob sie darauf geantwortet hat oder nicht, konnte ich leider nicht herausfinden. Also irgendwo in diesem Zeitraum zwischen 4 Uhr morgens und 9 Uhr morgens ist sie verschwunden. Und die Ermittler hatten zunächst keinen wirklichen Anhaltspunkt, wer sie mitgenommen hatte oder was mit ihr geschehen war. Ob sie noch am Leben war, ob es sich um einen Mordfall handelte, alles hing irgendwie in der Schwebe. Man durchsuchte außerdem die Wohnung, aus der Brianna verschwunden war und hier hat man dann auch versucht, irgendwelche DNA-Spuren zu finden, möglicherweise vom Täter. Und tatsächlich konnte DNA gefunden werden. Man fand dann DNA an der Eingangstür zur Wohnung, an der Tür, durch die der Entführer sich Zutritt verschafft hatte. Und diese wurde dann direkt genauer analysiert. Es handelte sich hierbei um männliche DNA. Am 21. Januar 2008 begangen dann die groß angelegten Suchen durch die Polizei und auch durch das FBI. Es haben sich auch einige freiwillig gemeldet, um bei den Suchen zu helfen. Über 1000 Freiwillige sind mit wirklich kilometerlangen Strecken abgegangen und haben nach irgendeinem Hinweis auf Brianna gesucht. Besonders auch in der Nähe vom Uni-Campus, weil die Wohnung sich auch in der Nähe vom Campus befunden hat. Aber nirgendwo konnte man eine Spur von ihr finden. Ihre Handydaten konnten auch keinen Aufschluss bringen, denn ihr Handy sowie all ihre anderen persönlichen Gegenstände, ihre Klamotten, hatte sie in der Wohnung ihrer Freundin gelassen. Die männliche DNA, die man vom Tatort, von der Wohnung, von dem Wohnzimmer genommen hatte, aus der Brianna verschwunden war, hat man dann auch in das System der Polizei eingespeist. Und hier wurden direkt zwei Treffer gefunden. Am 13. November und am 16. Dezember 2007 wurden zwei junge Frauen in der Nähe vom University of Nevada Campus vergewaltigt. Beide haben dieses Verbrechen gemeldet. Bei beiden wurde eine Untersuchung vorgenommen und man hat hier auch DNA-Spuren vom Täter nehmen können. Außerdem hat sich dann noch eine junge Frau bei der Polizei gemeldet, um ihnen mitzuteilen, dass eine Freundin von ihr schon im Oktober 2007 ebenfalls mit vorgehaltener Waffe vergewaltigt wurde. Sie hatte diese Vergewaltigung jedoch nicht der Polizei gemeldet. Die Tatsache, dass die DNA von dem Ort, an dem Brianna verschwunden war, passte auf die DNA von diesen beiden Übergriffen auf junge Frauen, schien für die Beamten darauf hinzudeuten, dass es sich hier um einen Serientäter handelte. Und es zeigte auch ein Motiv, das er gehabt hatte, als er Brianna entführte. Es blieb nun die Hoffnung, dass sie möglicherweise noch am Leben war, denn die anderen jungen Frauen hatten den Übergriff ja auch überlebt. Die Ermittler haben es sich dann zur Aufgabe gemacht, über 100 Sexualstraftäter zu befragen, die im näheren Umkreis von der Wohnung lebten, aus der man Brianna entführt hatte. Ihre Familie hat sich auch an die Medien gewandt, auch ihr damals erst 15 Jahre alter Bruder Brighton. Er hat gesagt, dass er seine Schwester liebte und dass sie sie zurückhaben wollte. Und er hat sich außerdem auch in den Suchen engagiert und mitgeholfen, kleine blaue Schleifen zu basteln, die als Symbol dafür gelten sollten, dass man Brianna bald wieder nach Hause bringen sollte, die quasi von allen Suchenden und allen freiwilligen Helfern getragen wurden. Diese Schleifen wurden dann Teil von einer größeren Organisation mit dem Namen Bring Back Brianna und diese Kampagne war überall in Nord Nevada vertreten. Viele Menschen haben mit der Familie mitgelitten und gehofft, dass man Brianna noch lebend finden würde. Diese Hoffnung, dass sie Brianna vielleicht doch noch eines Tages wieder in die Arme schließen könnten, wurde ihnen leider dann im Februar 2008 genommen. Am 15. Februar 2008 hatte sich Alba Jimenez auf den Weg zu seiner Mittagspause gemacht. Er ist zu Subway gegangen, er war Angestellter bei EE Technologies. Nach seiner Mittagspause ist er dann zurückgelaufen und an einem großen Haufen von alten Weihnachtsbäumen vorbeigegangen, die die Leute dort hingeschmissen hatten an die Straße, damit sie abgeholt wurden. Und er entdeckte dann beim Vorbeigehen zwischen diesen Bäumen etwas, das aussah wie ein bisschen orangener Stoff. Er ist dann hingegangen und hat festgestellt, dass es sich hierbei um eine Socke handelte und dass diese Socke immer noch an einem Fuß hing. Auf den ersten Blick dachte er, es ist eine Schaufensterpuppe. Ich habe schon in Kommentaren gelesen, dass vielen von euch das irgendwie komisch vorkommt, dass man auf den ersten Blick oder in diesen Berichten es immer heißt, dass die Leute auf den ersten Blick dachten, es ist eine Schaufensterpuppe. Wahrscheinlich ist es einfach ja das Logischste, was Leute denken würden. Also ich denke, das ist vielleicht entweder ein Schutzmechanismus oder auch einfach, weil natürlich niemand von uns damit rechnet, so einen furchtbaren Fund jemals machen zu müssen. Als er dann feststellte, dass es sich nicht um eine Schaufensterpuppe handelte, sondern um eine junge Frau, wich er zurück. Er hatte ebenfalls, genau wie alle anderen aus Reno mitbekommen, dass Brianna verschwunden war, aber ihr Gesicht sah für ihn nicht so aus wie das von Brianna. Er hatte auch kein Handy dabei und ist deswegen dann zu seiner Arbeitsstelle zurückgegangen und hat von dort aus die Polizei kontaktiert, die Brianna dann identifizieren konnte. Als man Brianna fand, hatte sie nur diese orangenen Socken an. Man hatte sie sexuell missbraucht und sie anschließend erwürgt. Nahe bei Briannas Leiche fand man außerdem einen Damslip, der dann untersucht wurde. Es war nicht Briannas Unterwäsche und ihre DNA befand sich auch nicht daran. Doch man fand daran ebenfalls die männliche DNA, die man schon am Tatort gefunden hatte und die auch aus den Rape Kits der anderen jungen Frauen kam und DNA von einer weiteren nicht identifizierten jungen Frau. Die Polizei hatte schon am 29. Januar 2008 ein Phantombild veröffentlicht von dem Mann, der diese Vergewaltigung begangen hatte, denn sie hatten nun den starken Verdacht, dass er auch für Briannas Tod verantwortlich war. Diese Unterwäsche, die sie da gefunden hatten, da gingen sie recht schnell davon aus, dass das so eine Art Markenzeichen von diesem Täter war und dass er möglicherweise die Polizei damit auch ein bisschen anstacheln wollte. Die Polizei hat dann außerdem ein Bild von der Unterwäsche veröffentlicht und darum gebeten, dass die Person, der diese Unterwäsche gehörte, sich bitte bei der Polizei melden sollte, weil sie möglicherweise helfen könnte, die Identität von Briannas Mörder aufzudecken. Trotz all dieser Hinweise brauchten die Beamten bis November 2008, bis sie endlich jemanden in Briannas Mord festnehmen konnten. Am Dienstag, den 25. November 2008, wurde James Michael Biella, der 27 Jahre war, in Sparks Nevada festgenommen, als er gerade auf dem Weg war, seinen Sohn zum Kindergarten zu bringen. Zu dieser Festnahme hat in allererster Linie ein anonymer Tipp geführt, der am 1. November 2008 bei der Polizei eingegangen war. Jemand hatte sich bei der Polizei gemeldet und gesagt, dass eine Freundin im Truck ihres Freundes einen Slip gefunden hätte, einen Damenslip, der nicht ihr gehört hatte. Sie war zu dem Zeitpunkt davon ausgegangen, dass er sie betrogen hatte und hatte ihn deswegen angeschrien, doch er hätte keine weiteren Aussagen dazu gemacht. Und der Truck, den er fuhr, der passte auch auf die Beschreibung von einem der Vergewaltigungsopfer, die in diesem Truck auch entführt worden war und dann zu dem Ort des Übergriffes gebracht wurde, weswegen die Beamten sich diesen Mann genauer ansehen wollten. James und auch seine Freundin Carleen wurden daraufhin befragt und Carleen sagte aus, dass sein Verhalten allgemein sehr seltsam gewesen sei, denn Brianna war unweit von ihrem Arbeitsplatz gefunden worden. Und als sie davon mitbekam, hat sie James das Ganze erzählt. Sie war natürlich sehr aufgebracht, sehr besorgt, was da geschehen war. Und James hätte sehr kalt und schroff reagiert und gesagt, dass sie sehr heiß gewesen wäre, dass sie wahrscheinlich reiche Eltern gehabt hätte und dass sie wahrscheinlich verdient hätte, was mit ihr passiert ist. James hatte außerdem kurz nach dem Mord an Brianna seinen Truck verkauft in Idaho. Er war zwischendrin in Washington gewesen, hatte da einen Job angenommen. Er arbeitete als Installateur und hatte teilweise auch an der Universität von Nevada als Installateur gearbeitet, was ihn auch so ein bisschen in die Nähe von den anderen Übergriffen natürlich brachte. Bei James' Befragung stritt er ab, irgendetwas mit Brianas Tod zu tun gehabt zu haben. Er weigerte sich jedoch auch, seine DNA zum Testen abzugeben. Und die Polizei hatte zu diesem Zeitpunkt auch noch nicht genug Beweise, um einen Beschluss zu erwirken, damit sie diese DNA einfordern konnten. Da kam dann seine Freundin Carleen ins Spiel. Denn wie gesagt, sie hatten einen gemeinsamen Sohn. Er war vier Jahre alt und Carleen erlaubte den Beamten, von diesem Sohn DNA zu nehmen. Und die DNA-Tests ergaben dann, dass ein unmittelbarer Verwandter von diesem Kind der Täter gewesen war in den Vergewaltigungen und wohl auch im Mord an Brianna. Daraufhin gab es dann einen Beschluss, dass man auch James' DNA nehmen konnte und seine DNA stimmte mit den anderen Proben überein. Man hat außerdem seine Handydaten überprüft und festgestellt, dass er sich in der Nähe von der Wohnung befand, in der Brianna entführt wurde, in der Nacht, als sie entführt wurde. Man hat dann auch zurückverfolgen können, an wen er den Truck verkauft hat und hat diesen noch einmal durchsucht und getestet und soll hier auch Fasern gefunden haben, die mit den Fasern von Briannas Socken übereinstimmten. Im Gerichtsverfahren gegen James Bieler wurden dann auch die beiden Frauen gehört, die den sexuellen Übergriff der Polizei gemeldet hatten. Sie hatten schon im Vorhinein in einem Line-up ihn ausgewählt und gesagt, dass er derjenige gewesen war, der sie vergewaltigt hatte. Auch im Gerichtssaal wurden sie noch einmal aufgefordert, auf die Person zu zeigen, die ihnen das angetan hatte. Die Verteidigung hat das wohl teilweise in Zweifel gezogen, weil eine der jungen Frauen ganz zu Beginn gesagt hatte, sie könne den Täter nicht genau beschreiben und eine andere den Polizisten gesagt hatte in Befragungen, dass sie nur seinen Körper, nicht aber sein Gesicht beschreiben konnte, weil sie es im Dunkeln nicht wirklich sehen konnte. Sie beschrieb dann auch noch einmal, dass er sie nach der Tat um ihre Unterwäsche bat und sie dann auch mitnahm. Auch die DNA-Tests wurden angeführt. Hier hat die Verteidigung dann versucht, das Ganze so ein bisschen zu hinterfragen, inwiefern die DNA-Methoden wirklich legitim gewesen waren, inwiefern man da wirklich Rückschlüsse ziehen konnte. Aber die Experten waren sich recht sicher, dass es seine DNA war. Ich sage das deswegen so, weil die DNA-Experten nie, in keinem Gerichtsverfahren, das ich jemals gesehen habe, in keinem Bericht, den ich jemals gelesen habe, gesagt haben, ja, 100 Prozent, das ist die DNA von dieser Person, sondern sie machen das meistens daran fest, wie viele Übereinstimmungen es gibt und wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, in einer Menschenmenge aus so und so vielen Millionen, Milliarden Leuten eine Person zu finden, die genau die gleiche Trefferquote hat von dieser DNA-Spur, die man analysiert hat, wie die Person, die dann am Ende angeklagt wurde. Carleen hat dann auch noch einmal gegen ihren Ex-Freund ausgesagt und dieser wurde dann am Dienstag, den 27. März 2010, schuldig gesprochen im Mord an Brianna Dennison. In der Anhörung zur Strafmaßfestsetzung hat die Verteidigung dann nochmal versucht, alles für James Bieler rauszuholen. Die Staatsanwaltschaft hatte von vornherein die Höchststrafe gefordert, die Todesstrafe. Die Verteidigung versuchte nun dagegen zu argumentieren und sie sagten, dass er eine sehr schwierige Kindheit gehabt hätte, ein Vater der Alkoholiker war und dass er bisher eigentlich ein sehr produktiver Teil der Gesellschaft gewesen wäre und dass er nicht negativ aufgefallen wäre, wobei er anscheinend auch schon 2001 eine Anklage bekommen hat, weil er den Nachbarn seiner damaligen Freundin mit einem Messer bedroht hat. Also es ist so ein bisschen dahingestellt, ob wirklich nur so wenig Gefahr vorher von ihm ausgegangen ist. So oder so, James Bieler wurde am Ende schuldig gesprochen für Mord ersten Grades, Entführung ersten Grades, um einen sexuellen Übergriff mit einer tödlichen Waffe im Fall von Brianna und dann nochmal die anderen beiden Übergriffe auf die anderen beiden Frauen und er bekam hierfür das höchstmögliche Strafmaß. Er wurde zum Tode verurteilt. James ist momentan noch am Leben. Er befindet sich gerade im Eli's State Prison und er hat sich auch bei seiner Strafmaßfestsetzung noch einmal geäußert. Er hat gesagt, dass er es bereut, dass er seinen Sohn nicht aufwachsen sehen wird, dass er an seinem Leben nicht teilhaben wird, aber er hat sich mit keinem Wort dafür entschuldigt, was er getan hat. Er hat auch schon den ersten Einspruch eingelegt gegen sein Urteil. Dieser wurde jedoch 2019 im Sommer abgelehnt. Kurz nach dem Mord an Brianna wurden sehr viel mehr, ja, kleine Handwaffen, Pfeffersprays und dergleichen rund um den Campus in Reno verkauft. Viele junge Frauen hatten daraufhin sehr viel mehr Angst, alleine rauszugehen, haben dann natürlich nachts alle ihre Türen und Fenster verregelt, weil sie befürchteten, dass sie auch Opfer eines solchen Übergriffs werden könnten. Der Fall von Brianna ist auch viel durch die Medien gegangen. Vor und nach dem Fund ihrer Leiche und ihre Familie hat sich sehr viel dann dafür eingesetzt, dafür Gerechtigkeit zu sorgen und dafür zu sorgen, dass so etwas nicht noch einmal geschehen konnte. Sie haben es dann geschafft, Briannas Law durchzusetzen. Eine ähnliche Form von diesem Gesetz gibt es von mittlerweile in 31 Staaten in den USA schon. Laut diesem Gesetz ist jeder, der für ein Verbrechen festgenommen wird, dazu verpflichtet, seine DNA abzugeben und diese DNA wird dann in einer Datenbank von der Polizei gespeichert, sodass, wenn es weitere Übergriffe gibt, Morde gibt, Sexualverbrechen gibt, die DNA von dem Tatort auch direkt eingespeist werden kann in das System und man dann quasi direkt sieht, ob diese Person schon einmal straffällig geworden ist. Denn James Bieler war ja schon straffällig geworden 2001 und Briannas Familie ist der Meinung, dass, wenn er damals seine DNA hätte abgeben müssen und die schon in einer Datenbank gewesen wäre, dann wäre er schon für die erste Vergewaltigung festgenommen, angeklagt und verurteilt worden und dann wäre er gar nicht erst auf freiem Fuß gewesen, um auch noch die andere Frau zu vergewaltigen oder Brianna zu töten. Briannas Law soll auch in der Tat Wirkung gezeigt haben, denn zwischen 2014, als es dann tatsächlich auch in Kraft tat und 2018, soll es dabei geholfen haben 500 Einbrüche, 100 sexuelle Übergriffe, 62 Raubüberfälle, 23 versuchte Morde, 9 Morde und 3 Brandanschläge aufgeklärt zu haben. Ihre Familie ist natürlich sehr dankbar darüber, dass dieses Gesetz geholfen hat, so viele Verbrechen aufzuklären, doch natürlich hätten sie sich gewünscht, dass sie stattdessen Brianna einfach bei sich haben könnten. Brayton, ihr Bruder, hat mittlerweile selbst einen Sohn und hat gesagt, dass er seine Kindheit quasi so ein bisschen durch ihn leben kann, denn nach Briannas Tod war seine Familie natürlich ja sehr besorgt um ihn und er durfte nur wenig unternehmen, wenig rausgehen, weil sie solche Angst hatten, ihn auch noch zu verlieren und allein zu wissen, dass seine Schwester so einen gewaltvollen Tod gestorben ist, hat ihm einen großen Teil seiner Kindheit genommen. Durch seinen Sohn Bradley kann er jetzt also so ein bisschen, ja, von dieser verlorenen Kindheit wieder erlangen. Er trifft sich jedes Jahr mit seiner Mutter am 29. März, um zusammen Sushi essen zu gehen. Das war Briannas Lieblingsessen. Sie reden wohl nicht mehr wirklich viel über seine Schwester, aber er hat in einem Interview gesagt, dass das auch in Ordnung für ihn ist. Er hat nicht mehr super viele Erinnerungen an sie. Sie sind teilweise schon sehr verblasst und er versucht einfach mit seinem Leben weiterzumachen und sich dadurch nicht so sehr, ja, in seinem täglichen Leben beeinflussen zu lassen, obwohl er sie natürlich dennoch vermisst und sich gewünscht hätte, sein Leben mit ihr auch zu teilen. Leider hat mit dieser Verurteilung und mit der Verabschiedung des Gesetzes das Leid von Briannas Familie noch kein Ende genommen, denn 2018 ist ihre 19-jährige Cousine Caitlin Denison verschwunden. Sie ist nach Texas geflogen, um sich dort mit einem Mann zu treffen, den sie kennengelernt hatte und von dort aus hat sie dann wohl noch ein paar Mal ihre Schwester kontaktiert und erzählt, dass der Mann ihr gegenüber, ja, aggressiv und auch gewalttätig gewesen wäre, weil sie nicht gewollt hatte, dass er sie anfasst. Sie hatte außerdem gesagt, dass sie gerne nach Hause wollte und kurz darauf hat niemand jemals wieder etwas von ihr gehört. Sie ist bis heute nicht gefunden worden. Es ist wirklich herzzerreißend, dass eine Familie zwei so furchtbare Tragödien in so kurzer Zeit nacheinander erleben muss. Es tut mir unglaublich leid und ich hoffe wirklich von Herzen, dass auch dieser Fall bald aufgeklärt wird und ihre Familie auch die Chance hat, das alles ein bisschen aufzuarbeiten und in Teilen damit abschließen zu können. Das war der Fall von Brianna Denison. Schreibt mir gerne unten in die Kommentare, wie ihr zu diesem Fall steht, wie ihr vor allem auch zu Briannas Law steht. Ich habe euch ja erzählt, dass die Zahlen zu zeigen scheinen, dass es da wirklich jetzt Fortschritte gibt und dass das auch in vielen Fällen geholfen hat. Findet ihr so ein Gesetz gut oder findet ihr, dass das so den Datenschutz und das Persönlichkeitsrecht vielleicht ein bisschen zu sehr einschränkt? Diskutiert darüber gerne unten in den Kommentaren, aber ich bitte euch dabei immer respektvoll miteinander umzugehen. Ich hoffe, dass dieses Video für euch interessant war. Wenn dem so ist, gebt ihm gerne einen Daumen nach oben. Wenn ihr es noch nicht getan habt, könnt ihr sehr gerne diesen Kanal abonnieren, um kein Video mehr zu verpassen. Und ich hoffe sehr, wir sehen uns alle beim nächsten Mal wieder. Trink genug bei der Hitze. Es ist auch super warm an dem Tag, an dem ich das Ganze hier aufnehme. Also ich hoffe, dass das Ganze nachvollziehbar war. Ich habe versucht, so viel wie möglich zu trinken nebenher, aber man ist dann ja doch nach ein paar Stunden irgendwann ein bisschen sehr in seinem Kopf. Also ich hoffe, das war alles nachvollziehbar für euch. Ich hoffe, wir sehen uns alle beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis dahin. Ciao. Ciao.